Knapp eine Woche vor Release der X-Men 97 gab es aus dem Nichts-Drama rund um den Showrunner Bo DeMaio. Der war und ist ein riesiger X-Men-Fan, liebt diese Teilwelt, weil er unter anderem auch in einer Konstellation aufgewachsen ist, die, wie er selbst sagt, sehr nah an der Realität der X-Men dran ist. Trotzdem haben die Marvel Studios ihn kurz vor der Premiere entlassen, ihm Zugang zu den Release-Events verwehrt und ihn einfach komplett von seinem Baby abgeschnitten. Insider berichten, dass es wohl um seinen Führungsstil ging und dass keiner mit ihm wirklich arbeiten wollte, weil er angeblich so extrem und brutal war. Was durchaus ein bisschen zu der Art und Weise passt, wie er normalerweise online zum Beispiel auf Kritik reagiert, aber in dubio pro reo, Leidenschaft kann leicht übermäßig extrem interpretiert werden und wir wissen in diesem Fall halt wirklich gar keine Details zum Produktionsablauf. Daher wollen wir mal da noch kein Urteil fällen, ich bin mir aber sicher, wir werden da in Zukunft noch irgendwann konkrete Details dazu hören.